Der RTDE-Podcast, die Nachricht. Israelischer Gesundheitsminister gibt zu, dass es bei Impfpässen nur um Nötigung geht. Der israelische Gesundheitsminister Nitzan Horowitz gab zu, dass es in Israel mit dem sogenannten Green Pass-Impfnachweissystem in erster Linie darum geht, skeptische Menschen zur Impfung zu nötigen. Er wusste nicht, dass er live von einem Fernsehsender übertragen wurde. Der israelische Gesundheitsminister Nitzan Horowitz sagte am Sonntag vor der wöchentlichen Sitzung des israelischen Kabinetts, dass die Einführung von Green Pass-Vorschriften für bestimmte Veranstaltungsorte nur notwendig sei, um die Öffentlichkeit zu zwingen, sich impfen zu lassen und nicht aus medizinischen Gründen. Horowitz wurde dabei erwischt, wie er dies der israelischen Innenministerin Ayelet Shaked am Mikrofon sagte, die ebenfalls nicht wusste, dass das Gespräch bereits aufgezeichnet und live im Fernsehen übertragen wurde, wie die Jewish News Syndicate berichtet. Shaked meinte zu Horowitz, dass der Green Pass als Voraussetzung für das Essen im Freien in Restaurants abgeschafft werden könnte, worauf Horowitz antwortete, dass der Green Pass nicht nur als Voraussetzung für das Essen im Freien abgeschafft werden könnte, sondern auch für Schwimmbäder, nicht nur in Restaurants. Horowitz sagte weiter, Horowitz fuhr fort und behauptete, dass jegliche Ausnahme vom Green Pass-System, das eine Art Universalität hat, dazu führen würde, dass die wissenschaftliche Gültigkeit des Passes infrage gestellt würde. Horowitz räumte auch ein, dass das Green Pass-System an den meisten Veranstaltungsorten dennoch nicht genutzt wird. Laut Horowitz, Zitat, Israel war das erste Land der Welt, das einen Impfpass ausstellte, den es dann aber im Juni diesen Jahres wieder abschaffte. Nach einer weiteren Welle von Coronavirus-Infektionen im Land, obwohl der Großteil der israelischen Bevölkerung bereits vollständig geimpft ist, wurde der Pass jedoch wieder eingeführt und ist seit dem 20. August Voraussetzung für den Zutritt zu Restaurants, Schwimmbädern, allen überdachten Unterhaltungseinrichtungen und allen öffentlichen Plätzen, mit Ausnahme von Parks. Kinder unter zwölf Jahren, die nicht geimpft sind, müssen sich regelmäßig auf Coronaviren testen lassen, wenn sie diese Einrichtungen betreten wollen. Allerdings werde der Pass, wie Horowitz feststellte, dennoch von den meisten Einrichtungen nicht genutzt. Das war der RTDE Podcast.